Musik 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 Matthäus 15, 21 Und siehe eine kananäische Frau, die aus jenem Gesicht herkam, schrie und sprach, Erbarme dich, mein Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen von Dämonen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihm, und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns. Er aber antwortete, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und sie kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, Assiste-Moi. Und sie antwortete ihr ja, Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Mais sie aber sprach, Ja, Herr, Seigneur, Cependant, die kleinen Chirien mangent, die Miette, die fallen von der Tafel, der Maître, Doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Also, Jésus répondant, lui dit, Oh, Frau, Ta foi est Dein Glaube ist groß. Oh, Frau, Ta foi est Dein Glaube ist groß. Dis à ton voiesel, prépare-toi. Sag zu deinen Nachbarn, bereite dich vor. Qu'il te soit fait Dir geschehen Comme tu l'as Wie du willst Souhaité Et alors même sa fille fu Und ihre Taube der Waage Von jener Stunde an Amen Mark, chapitre 7, verset 24 à 30 Markus 7 24 bis 30 Und von dort brach er auf Und ging weg in das Gebiet von Tyrus Und sie dort Il entrat dans une maison Désirant que personne ne le sache Und er trat in den Haus Und wollte dass es niemand erfahre Mais il ne pu resté caché Und er konnte nicht verborgen bleiben Posez-moi la question, Pourquoi? Non, j'ai pas entendu bien Qu'il faut Pourquoi? Car une femme Dont la petite fille Était possédée D'un esprit impur Aber sogleich Hörte eine Frau von ihm Deren Töchterchen Einen unreinen Geist hatte Ayant entendu parler de lui Vint et se jeta à ses pieds Kam und fiel nieder zu seinen Füßen Or cette femme Était grec Syrophénicienne d'origine Elle le priait de chasser Le Dämon hors de sa fille Laisse premièrement Les enfants se rassasier Jésus lui dit Laisse premièrement Les enfants se rassasier Car il n'est pas raisonnable De prendre le pain des enfants Et de le jeter au petit chien Laisse zuerst Die Kinder satt werden Denn es ist nicht schön Das Brot der Kinder zu nehmen Und den Hunden hinzuwerfen Mais elle lui répondit Et dit Cela est vrai Seigneur Cependant les petits chiens Mangen Sous la table Les miettes Que les enfants Laisse tomber Auch die Hunde Essen unter dem Tisch Von dem Krumen Der Kinder Alors il lui dit A cause de cette parole Va, le Dämon est sorti de ta fille Et quand elle entrera dans sa maison Elle trouva sa fille couchée sur le lit Le Dämon étant sorti Qui veut expérimenter la puissance La gloire de Dieu dans sa vie Écoutez bien cette histoire Ce matin Le Seigneur m'a conduit Dans ma chambre Aller là-dessus Et il a commencé à me parler 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 Il m'a donné ce message aussi pour vous Et il me parlait Et il me parlait Et il m'enseigna là-dessus Et il m'a dit ceci Tu vois cette femme Elle était Kananien Et cette femme Et cette femme Kananien Kananit Tout va bien Noé avait maudit Kanan Noah Hat Kanan verflucht Donc cette femme Etait une femme Maudite C'est normal Pour Dieu pour que sa malédiction Soit transformée En guérison En bénédiction Noé je trouve Pas pas l'argent A cause de quoi ? De la On parle de l'argent Peu importe La fille Où tu es née Peu importe La couleur De ta peau Si les autres Noirs Ne percez pas Toi tu dois Personne Et chez toi Et chez toi Et chez toi Si les autres Blancs Ne percez pas Toi tu dois Personne En Yeshua Je veux parler Aux gens Qui ont hérité Une malédiction familiale Oh dans notre famille Personne ne fait quoi que ce soit Oh dans ma famille Dans ma tribu Frère Ok c'est pas un problème Si à ton voisin Dieu aime les défis 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 Alléluia Oh non En Allemagne C'est difficile C'est compliqué Parce que Hitler A maudit le pays La malédiction d'Hitler Ca c'est ta fin Ok Mais le problème Ce n'est pas Hitler Le problème C'est ta foi Qu'est ce que tu souhaites Oh non frère Tu vois c'est impossible Ma soeur Je suis une femme Unmöglich Et les femmes ne peuvent pas faire telle chose Die Frauen C'est une femme qui n'est pas L'onction tu n'est plus étranger Je ne peux pas lui rappeler la malédiction de Noé Et le démon est rené C'est une femme Noé Amaldi Noé homme de Dieu Amaldi Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que Noé ici Il a dit à quelqu'un qui est plus grand que Salomon Il a dit à quelqu'un qui est plus grand que Salomon Il dit Salomon dans toute sa gloire Dein Apostel a dit Dein Apostel a dit Ton Prophet a dit Dein Prophet a dit Je veux dire que ton pays a dit dit A dit Dein Land a dit Je veux parler à quelqu'un Mais je veux parler à quelqu'un Je veux parler de Jésus Je veux dire un il Que pour Jésus Que je pour mon die Il avait l'ass Saint Et l'a dit Il avait did Non Ó Du Jesus ist hier aufgehängt. Noah ist ein Mann, er hat den Fluch ausgestrochen. Er hat diesen Fluch hier aufgehängt. Ich möchte jemandem sagen, wenn dein Land falsche Propheten hervorhebt, aber du? Du wirst anders sein. Jene Schöpfe, jene Schöpfe, jene Schöpfe. Kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Sayes in allemand, noch eines wat admitamy? We all Germans und Pullman Er hat Some Ängtions Er hat Some Al Lipion Er hat Some 아� horses Hier haben� 은portacı Es ist ein Prima de Klonzio. Es gibt einen Propheten hier. Es gibt einen Propheten hier. Es gibt junge und junge. Es gibt Frauen und Frauen. Es gibt Frauen wie die Frau der Samaritain. Die Frau der Samaritain. Der Réveil in der Stadt sie schonbell. Es gibt augen für Deutschland. Es gibt Hoffnung für Deutschland. Gut ist Jesus. Han sagte dich. Han sagte dich. Oh Jesus. Oh Jesus. Du kannst dich über mein Land loslegen. Aber ich denke einsam. Ich möchte dir eine Sache sagen. Der, der mich verflucht hat, ist nur ein Mensch. Hitler war nur ein Mensch. Aber Jesus ist ein Deutsch. Jesus kommt nach Deutschland. Wie du ein Instrument, zwischen Satan und Satan, ich sage sie den Deutschen, dass du ein Instrument, zwischen dem Masern die Hände und Satan zu versen lassen. Gestern, du kannst du ein Instrument, zwischen dem Masern, für Leberer die Menschen! Ich darfst du ein Instrument, zwischen dem Masern die Hände, für der Menschheit zu liberieren! Oh Jesus! Oh Jesus! Jesus wollte nicht, dass man wusste, er sei es war. Aber die Samaritänin, eine Frau von der Hoffnung, hat er in der Hoffnung, dass alle Menschen wissen, dass Jesus da war. Sie hat von Jesus gesprochen. Ich möchte von Jesus sprechen. Der Glaube kommt von dem, was man sagt. Sie hat gehört. Mit diesem Mann hier, unsere Malästigung wird briser. Sie hat gehört. Mit diesem Mann, dein Reine peut être guéri. Sie hat gehört. Mit diesem Mann, du kannst du den Wein des Reis essen. Ah, le Wein der König ist. Le Wein des Grands. Le Wein des Anges. Die Worten der Engel. Der Geist der Engel. Der Geist der Engel. Das Geist der Bein des Enfants. Das Geist der Kinder. Sie haben die Gäste genommen, als sie der Gäste genommen haben. Die Samaritänische Frau hat zu ihrem Vertag gebracht, hat sie gebeten die Gäste genommen haben, sie hat die Gäste genommen haben, und sie hat als sie gebeten mit Gott gebeten. Agrund ihrer Hoffnung auf ihre Hoffnung, sie hat gesagt, Sie sagen, 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 sie sagen. Nein, sie sagen. Aber es gibt es irgendwoher, Es gibt es eine große Hoffnung. Denn mit der Hoffnung, man kann man in der Hoffnung gehen, Ich kann nicht in das Heilige Geist gehen. Mit dem Glauben, meine Malediktion kann man sich verbrüht. Brüder, Jesus, hat es nur da, wo es Glauben geht. Schau nicht mehr deine momentanen Zustand an. Es muss egal sein, was andere Leute über dich sprechen. Mit Gott, es gibt keine Jungen und keine Jungen. Auch wenn ich 90 Jahre alt bin, du kannst du die Autorität des Herrn. Alleluia! Dieser Dämon, ist eine Partie, weil die Frau eine Hoffnung hat. Jesus Christ, Canaan. Canaan. Was bedeutet Canaan? Marchand. Marchand. die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, hat sich nicht verhandelt. Ich will nur unter dem Schiff. 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 Keiner meiner Brüder wird in der Hexerei. Wer den Glauben hat, wird gefährlich. Mit der Glauben. 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 Sieht man das Problem an Gesicht in an Gesicht. Wenn dein Gott nicht existiert, dann kommst du Gott. Mein Gott heißt Jesus. Er kann die Menschen heilen. Er kann die Menschen heilen. Er kann die Menschen heilen. Er ist gut. Er ist schön. Sein Gang ist so schön. Ja, seine Frau, seine Frau. Sein Kleid. Sein Kleid. Keine Frau kann sich mit ihm verbreiten. Jésus. Wenn Jesus in der Himmel marchiert, nimmt sich sogar die Menschen hin. Jésus. Er ist in der Hülle maison. Er war versteckt in einem Haus. Die verfluchte Frau kam. Er kam in der Hülle. Er kam in der Hülle. Er ist in der Hülle. Er war denkt sich seiner Frau an. Lass die Leute sprechen. Die Chien abonnt die Caravane! Oh, le Pastor dit qu'il ne veut rien faire. Est-ce que c'est lui qui t'a crié? Quand tu t'as appelé, est-ce qu'il était là? Je veux encourager quelqu'un ici. Quelqu'un qui a battu! Quelqu'un qui n'en peut plus! Je veux dire à quelqu'un. Le Seigneur va changer les choses maintenant dans ta vie. Ich möchte zu dieser Person sagen, dass er will jetzt nicht mehr leben. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Aber wenn Gott dich erheben möchte, er hat die hässlichen Dinge. Du brauchst keine Titre. Du brauchst keine Titre. Du brauchst nicht von mir oder von anderen Menschen. L'Eufre, die du mit dir mit dir, bevor du mit dir sterben wird, diese Eufre, die du Christen, diese Eufre, die du Christen, die du mit dir vollbracht werden. Der Fluch Noahs ist weg. Devant Jesus. Noah ist an den Händen. Devant Jesus. Die Dämonen sind an den Händen. Jesus sagt zur Frau, ein einziges Wort. Va. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait. Selon quoi? Selon quoi? Je vous prophétise aujourd'hui. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait. Le site que tu as créé. Dieu va s'en servir pour libérer les chrétiens de toute l'Allemagne, de toute l'Europe au nom de Yeshua. Je décrois cela au nom de Yeshua. Tu vas créer une page Youtube. Tu mettrais des vidéos. Tu verras des gens tomber sous l'omso chez eux. Les Dämonen sortiront au nom de Yeshua. Un frère veut me voir. Il me dit qu'il y a une jeune fille en Ambola. Elle regardait vos vidéos. L'ancien tombe sur elle. Elle est devenue prophétesse. Elle est allée prier pour un fou. Le fou est devenu normal. Alléluia! Ce n'est pas moi mais c'est notre grand frère. Je veux qu'on le fasse un bisou. Un bisou. Encore un bisou. Ohhhh! Elle est plus jolie. Wouuuh! Tiens toi pour ça je suis amoureux. 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 Amoureux de Jésus. Amoureux de Jésus. Alléluia! 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 Habt ihr schon gesehen, ihr semmosluft? Sie schauen es, ihr semmois? ihr semmosliches Semmoslift es居 immermals zu schlitzern ihr habt ihr semmoslift? ihr semmoslift ihr semmoslift ihr semmoslift wenn ich sie gesehen habe, bin ich 15 Jahre alt aus der Kirche die schönheit Wenn Satan mit Jesus spricht, er ist ein besserer Positionier. Halleluja! Jesus ist schön. Sie lieben Jesus. Er ist wunderbar. Er ist auf wunderbare Weise wunderbar. Wunderbar, ist das? Ja, 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 ja. Er ist wunderbar. Halleluja! Man hat uns Jesus verborgen. Dein Fluch kann nicht weggehen, nur wenn man dir Jesus offenbart. Dein Glaube kann nur größer werden wenn du Jesus hörst. Was ist die Lösung für nicht mit Männern und Frauen zu fallen? Jesus! 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 Es ist so einfach, doch Jesus! Ich habe den Tag, ich habe den Tag, ich sehe ihn. Als ich eine schöne Frau verbehebefülle, habe ich mich vorbeige. Oh ja. Oh ja. Jäzü ist so schön. Jesus ist schön. Sans Präsent, oh, sa Präsent. Oh, sa Präsent. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Er ist schrecklich, ja er ist schrecklich, ja er ist schrecklich Das ist schrecklich, ja er ist schrecklich, ja er ist schrecklich Du kannst besitarnya wieder alle Namen des Dixens des Rausses Du kannst du ja alle Duden verlementer Du kannst du ja nicht einen Wort nehmen, um Jésus zufrieden Die Duden ist kein einziges Wort, das Jesus beschreibt Die Kanadikerin hört sich das alles an. Wenn es so einen Mann gibt, möchte ich, dass er mich heiratet. Weil sie hat ihn schnell mit ihrem Freund verglichen. Mein Freund ist nicht immer pünktlich. Er hat keine Blumen für mich. Mein Mann möchte mich immer in der Küche sehen. Er schenkt mir keine Geschenke. Wenn ich krank bin, fühle ich nicht, was ich fühle. Wenn ich sterbe, fühle ich nicht, was ich fühle. Wenn ich an dem Tag, wo ich sterbe möchte, nicht eine Nacht lang. Er liebt mich also nicht wirklich so wie dieser Mann mich liebt. Ich habe gesagt, ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus mehr. Sie nimmt dein Messer und möchte sich die Adern aufschneiden. Aber als sie nicht bekehrt hat, hat sie gewusst, warum ich das nicht bekehrt habe. Sprech uns von Jesus. Sprech uns von Jesus. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Das ist Jésus. Le matin, Jésus. A midi, Jésus. Le soir, à minuit. Trois du matin, en janvier, en februier, en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, tout le temps, à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière, dedans, extérieur, partout, tout le temps. Applaudissements Écoutez Jésus. Écoutez Jésus. On dit Lazare que tu es malade. Il dit non. Il aimait Lazare. Encore deux jours. Tu as l'impression qu'il t'a oublié. C'est un peu désagré que je souffre. Jésus, où est-ce qu'il est ? Encore deux jours. Il faut que ta situation devienne pire. Deine situation devienne pire. Deine situation devienne pire. Pour mieux l'adorer quand tu vas te guérir. Um, il noch mehr anzubeten, wenn il t'a oublié. Lazare meurt. Il dit aux Apôtres, Allô, maintenant. Il vient toujours quand c'est breu, quand c'est fini pour toi. Il vient toujours quand le médecin dit, Il vient toujours quand les médecins disent, non. Il vient toujours quand les médecins disent, Il vient toujours quand la prière. Elle avait un cancer. Je prie pour elle au nom de Jésus. Je lui ai dit, va voir ton médecin. Il n'y a pas longtemps, elle passe pas sur le médecin. Le médecin passe la soeur dans le scanner. Dans le IRM. Et le médecin voit, beaucoup de cellules cancéreuses, qui combattaient contre quelques cellules, un petit groupe de cellules saines. Le médecin lui dit, mais il y a une guerre dans ton ventre. Et il a vu les cellules saines tuer les cellules cancéreuses. Et il a écrit, j'ai lu le papier, le document. Il a écrit, le document est filé. Il n'y a plus de cancer, c'est parti. Un couple vient me voir pour la prière. La soeur dit, mon mari que tu vois là, il est impuissant, le Viagra ne marche plus. Je lui ai dit, viens. Nous avons plus que le Viagra. On va te faire une ordonnance. Alléluia. La parole de Dieu. Bon, c'est sûr les noms de Jésus. C'est bon, c'est réglé. Le soir même, en soir même. le soir même. le soir même. le soir même. la femme le soir même. Je suis à vousоздé de Nazareth. Oui Julia Jette-le-vous à la parenthente du Dieu ! C'est plus que le médicament. Die Frau ruft an und sagt Mein Mann ist sehr kräftig Er glaubt, dass der Herr Jesus Herr ist Ich habe gesehen, dass die Zinnereien raushängen Und der Mann ist schädig Der Mann hat die Zinnereien gesagt Der Mann hat die Zinnereien gesagt Der Darm ist wieder in den Körper Ich will Ihnen sprechen, ich will Ihnen jemanden Ich will Ihnen jemanden presentieren und zwar Jesus Was ich selbst von Jesus sehe, das macht mir Angst Manchmal verberge ich mich und sage Herr, es ist Wahnsinn Vor zwei Wochen kommt eine Frau Elf Jahre lang habe ich auf ein Kind gewartet Seit meiner Heirat Ich bin Thomas Zett, hier ist der Kind Ich habe die Beobacht Ich habe die Beobacht Ich habe die Beobacht Ich habe die Beobacht Die Hoffnung, die Hoffnung Die Hoffnung Ich habe geglaubt und hier ist das Kind Ich habe die Beobacht Ich habe die Beobacht Ich habe die Beobacht Er sagte mir, als du in Lausanne warst, war auch ein Moslem anwesend. Er sagte, du hast einfach so geschen, ich habe ihn gar nicht gesehen. Er sagte, der Moslem hat angefangen zu weinen. Er sagte, der Moslem hatte eine Krankheit. Unheilbare Krankheit. Er sagte, alles ist weg. Er sagte, aufgrund seiner Arbeit, er hatte eine Promotion. Seine Frau, die er verletzt hat, ist wieder zurückgekommen. Er sagte, der Moslem hat eine Krankheit verletzt. Er sagte, er hat eine Krankheit verletzt. Wer hat es ihr braut zurückgezogen. Er hatte ihre Angst gew階qun. Er hatte ich die anos in der Fl Baker. Er gab mir fast und ich wollte er gegen die An pentru a cerean bine Er aber ein Lied der Frohe tuemens. Er sagte, es war un Fertig comportetisch. Er sagte, Jesus ist === Er sagte, aber er hat nie genommen aus. Als ich ihn deswegen gew hommeszeushima, živet ihr, als ich das in der incentiveDA angearde, darfst. Er sagte, ihr w cable zu sein. Ich bin dieser Mann gesprochen. Viele Leute sind wie die Kanadien. Viele Leute sind wie die Kanadien. Die Herr will restaurieren. Die Frau me sagt, du weißt du, 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 nannannannannannann, j'ai dit je le veux. On a eu un programme de réveille à Tray, en France. Le prenumer de la salle. Il a suivi l'enseignement, il me dit, cette parole est puissante, il est kaltéien, propriétaire, baïen, il a reconnu que Jésus est trop fort. Ein Heide, der anerkannt hat, dass Jésus so stark ist. Wir haben einen Jésus kennengelernt, der bettelt. Ein Jésus, der vor Hexant sagt, dass er ein Sorciere sagt, dass er nicht so gut ist. Salut, da! Ja, wie vor ihr noch, Jésus-Main, die Bise. Touche mal, da! Allo, ja! Wenn du eine Hexe trist, dann kriege ich die Hand und küss sie auch noch. Wenn ich einen Hexe trist, dann gucke ich immer das. Wenn ich eine Hexe trist, dann gucke ich euch. Ich wäre eine Prinz. Ich wäre ein Rerin. Er wäre eine Prinz. Wenn Sie einen Reinen versenzen, dann sage ich dir ein Prinz. Das ist der Prinz, der wir einen König und Priester gemacht. Ich wäre ein König, der eine Prinz. Du bist nicht jemanden. Du bist die Frau von Gott. Du bist die Frau Gottes. 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 Wenn du Schoraz ist, du bist du Bruder. Das ist dein Bruder. Das ist dein Bruder. Das ist dein Bruder. Oh Schoraz, attention. Vorsicht. Parce que moi, j'ai ta photo chez moi. Habe ich dein Foto bei mir, René? Ah, pourquoi tu veux la mienne? Warum nimmst du mein Foto auf? On va finir encore la parole. On va donner tout la parole. Alleluia. Amen. Malheure. Quand tu vois, tu as attaqué la nuit. Tu te lèves. Ne cherches pas à envoyer le feu. Oh Seigneur, je vais mourir. Tu vas mourir par les gars. Depuis le temps où on t'attaque la nuit. Est-ce que tu es mort? Malheure. Tu te réveilles, du Seigneur. Quelle grâce. Oh démon, vous me rendez service. La foi, c'est ça la foi. Amen. Full Lord Adair, service. Vraiment. Il y a des gens qui sont morts. Qui sont arrivés au ciel. Dieu leur a dit, c'est pas encore le temps de descendre. Alleluia. Je veux que les enfants de Dieu ici soient fortifiés. Je veux que les enfants de Dieu ici soient fortifiés. Et vous savez quoi ? Nous nous sommes plus que la femme qu'elle n'est. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Jésus a pris son sang. Il a pris. Il a pris. Il a amené au ciel. Il a nettoyé. Il a nettoyé. Il a enlevé la malédition de ton père. De ta mère. De tes grands-parents. D'Ada et Eve. Il a pris ton coeur. Pour belle. Il a mis un autre coeur. Il a pris ton nom. Il a effacé de liste de la mort. Il a mis dans le livre de vie. Il a fait soin avec lui au ciel sur le trône. Il a fait soin avec lui au ciel sur le trône. Donc quand je regarde Satan sur la terre, toi même tu regardes aussi comme ça. Amen. Amen. Alleluia. 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 Moi j'ai compris ça. J'ai compris ça. C'est pour ça quand même le diable est chez moi là. J'ai dit oh laisse tomber Satan. Je me réveille. Oh ça peut passer par là. Laisse es sein Satan. C'est vrai. Je te dis. On pleure beaucoup ici. Dieu me dit. Pourquoi vous pleurez ? Pourquoi pleurez vous mon peuple ? Regardez. Frère donne moi ta Bible. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Je lui donne. Et là je commence à dire. Mais fais attention s'il te plait. Il y a un danger à côté. Fais attention là. Il y a un danger à côté là. Il y a un danger qui attaque la nuit. Fais attention là. Il y a des démons qui sont à côté. Fais attention mon frère. Il y a des démons qui attaquent la Bible. Il y a des démons qui attaquent la Bible. Il va me dire. Mais tu me l'as donné cette Bible. Il n'y a plus à toi. Nous c'est pareil. On fait pareil avec Dieu. Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Moindre attaque. Oh Dieu. Tu ne vois pas que je suis attaqué là. On prend le téléphone. Frère Chora. Pris pour moi. Je vais attaquer. 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 Man... 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 es ist erfüllt. Seigneur, que ta Volte soit faite. Et comme tu vas faire, quand il va agir, tu vas prendre ton téléphone pour nous appeler. Frère, voilà mon témoignage. Alleluia. Vous avez compris? La foi, der Glaube, c'est tout. Je n'ai rien de plus que vous. Je vous dis, je suis comme vous. Peut-être même plus faible que vous. Peut-être même, je peux prier plus que moi. On n'est pas de Dieu. Nous sommes plus, comme Paul disait, nous sommes faibles. On n'est pas plus grand que vous. Croyez-moi. Dieu pleure parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. Gott weint, parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. L'autre but est de continuer l'ascension. Quand la vue est obscurcite, quand la vue est obscurcite, quand les forces sont diminuées, quand les ennemis nous persécutent, et quand les ennemis nous rejettent, quand les handicaps nous arrêtent, et quand les épreuves nous accueillent, et quand les ennemis nous ne connaissent pas leur identité. et quand les ennemis nous apportent, et quand les ennemis nous apportent, quand les ennemis nous apportent. Je vous remercie. Il se sait Du coeur coquettier Et il te connaît Il est affermi Affermi Il est prêt A affronter l'impossible Trop tôt Pour abandonner Achevant Le travail commencé Rempli De son esprit Terminant La tâche fixée Le coeur ardent Et les mains fortes Muni du bouclier De la foi De l'épée Et de l'esprit Continuons notre course Avec patience Tenir ferme Après avoir tout surmonté Dieu se sert Il se sert du coeur Aucune difficulté Il ne décourage Il ne se décourage pas Il est fort Déterminé Il est prêt A affronter l'impossible Lève-toi 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 Mon frère Dieu se sert Dieu se sert Du coeur Aucune difficulté A affronter l'impossible 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 A affronter l'impossible